Yo Leute, kurzes Video außerhalb der Reihe und dieses Video geht jetzt jeden etwas an und es geht um die aktuelle Lage. Viele von euch haben mit Sicherheit die Rede von Angela Merkel gehört, heute Abend und oder gestern Abend wenn ihr das hier seht und ja ich bin ja so ein bisschen sprachlos. Ich sehe in Social Media und auch auf der Straße, wenn ich im Auto unterwegs war jetzt heute, wie viele Leute irgendwo draußen in der Sonne chillen, in der Stadt, wie viel los ist, obwohl die Aussagen eigentlich klar sind und das haben immer noch nicht alle gerafft einfach, was gerade abgeht. Ich habe einen persönlichen Bezug auch dazu, dass natürlich diese Corona-Virus-Sache schnell vorbei geht. Einerseits habe ich einer meiner besten Freunde, die Mutter ist nicht gerade gesundheitlich auf dem besten Stand der Dinge und wenn die sich infiziert, dann bin ich mir sicher, dass das richtig richtig kritisch wird. Nummer zwei, auch mein Vater zum Beispiel, gehört mittlerweile laut der Altersgruppe zur Risikogruppe und ich glaube jeder von euch da draußen hat Freunde, Bekannte, Familie in dieser Risikogruppe und da kann ich einfach beim besten Willen nicht verstehen, wie die Leute immer noch draußen chillen, sich treffen zum Saufen, sich treffen zum Feiern zu Hause. Die Clubs sind nicht ohne Grund zu, die Schulen sind nicht ohne Grund geschlossen, die Kitas sind nicht ohne Grund zu, sondern das ist alles, damit diese Infektionsketten einfach unterbrochen werden und sich nicht ständig so viele neue anstecken. Ich weiß nicht, ob ihr mal die Zahlen checkt, wie viele Leute sich neu infiziert haben von gestern auf heute, aber ich sage euch eins, wenn ihr so weitermacht, dann wird das Ganze nicht besser und ich finde es verantwortungslos von jedem Einzelnen, der keine Rücksicht mehr nimmt, der immer noch denkt, das ist alles ein schöner kleiner Spaß und es ist auch einfach nur eine Grippe. Vielleicht sind es ja Symptome, die nicht für jeden von uns relevant sind, aber für enge Verwandte, für Freunde ist es relevant und ist einfach verantwortungslos, respektlos von euch, dass ihr, wie ihr reagiert, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Wie kann man selber denn so ignorant sein oder Hamsterkäufe? Es wird gesagt, die Einkaufsläden bleiben offen und was macht ihr? Es geht weiter so. Gestern habe ich erst versucht einzukaufen, keine Chance. Erstens Eskalation viel zu voll, zweitens kriegst du nichts. Ohne Scheiß, es ist wirklich nicht normal. Jeder normale Mensch, mit dem ich mich unterhalte, in meinem Freundeskreis, checkt das und tausende Menschen checken das nicht, die draußen unterwegs sind. Heute in Bergisch Gladbach, in der Innenstadt, gibt es ein Foto, ey, voller als an einem Wochenende, nur weil alle frei haben, Corona-Ferien. Leute, habt ihr es noch nicht geschnallt? Die Krankenschwestern, ja, ich habe mit einer Krankenschwester auch Kontakt, die hat mir ein Foto geschickt, hat mich gebeten, das zu teilen, weil ich so ein bisschen Reichweite auf Instagram habe. Die Krankenschwestern sind am Limit, die Leute in den Supermärkten sind am Limit. Ich als Freiberufler, Selbstständiger, bin finanziell auch jetzt nicht gerade super gut am Start und so geht es tausend anderen. Wir alle leben davon, dass diese Virus, Epidemie, Pandemie möglichst schnell vorbei ist und Normalität einkehren kann. Und jeder Einzelne von euch da draußen, der es nicht gerafft hat, dass er einfach mit seinem Arsch mal zu Hause bleiben muss, der gefährdet mein Leben finanziell gesehen, das Leben von engen Freunden von mir, Verwandten und wahrscheinlich sogar du gefährdest das Leben von deinen Freunden. Ich spreche jetzt nicht die Leute an, die es eh schon geschnallt haben, ja. Die Leute, die es eh schon geschnallt haben, die bitte ich einfach nur, dieses Video zu verbreiten, damit es möglichst viele Leute sehen. Und das ist auch der Grund, warum ich die YouTuber, die wirklich Reichweite haben, hier mit in den Titel geschrieben habe, die mit aufs Thumbnail gepackt habe, weil ich hoffe, dass gerade die Leute, die jetzt es immer noch nicht geschnallt haben, vielleicht durch die große Reichweite von mehreren Leuten im Bereich Social Media erreicht werden können. Rezo hat es vorgemacht, wie es funktioniert und da sind alle mit auf den Zug aufgesprungen. Jetzt wird euch aber was genommen, was ein großer Teil eurer Freizeit ausmacht, nämlich das gemeinsam chillen, das gemeinsam feiern, gemeinsam saufen. Und da liegt schon das Problem, darauf wollt ihr alle nicht verzichten. Also packt euch jetzt alle wirklich mal an eure eigene Nase, übernehmt mal Verantwortung für eure Gesundheit, für die Gesundheit eurer Freunde, für die Gesundheit der Menschen, die ihr liebt und einfach für die Gesundheit von allen, einfach aus Respekt. Ich hoffe wirklich, dass der eine oder andere es langsamer geschnallt hat, dass es hier wirklich einfach um Existenzen geht, um Leben und Tod geht. Und mich macht das richtig sauer einfach, dass so viel Blödheit einfach herrscht unter den Menschen, dass die Leute es einfach nicht ernst nehmen und dass selbst jetzt noch Leute über irgendwelche Theorien reden, dass das alles nicht so schlimm ist. Schaut euch doch einfach mal die Bilder aus Italien an. Schaut euch die Bilder aus China an. Schaut euch die Bilder rund um uns herum einfach mal an und dann wägt mal selber ab, ob das alles einfach nur Fake ist. Ihr wollt es vielleicht noch nicht glauben, aber langsam wird es Zeit, dass ihr es glaubt. Und selbst wenn es für euch persönlich nicht schlimm ist, weil ihr jung und gesund seid, gerade dann habt ihr die Verantwortung, die Verantwortung dafür zu tragen, dass ihr es schafft, das Virus zu stoppen, die Verbreitung zu verlangsamen, damit wir es einfach alle zusammen schaffen können. Also ich bitte euch, denkt jetzt einfach mal ein bisschen nach an alle, die es eh schon geschnallt haben. Teilt dieses Video einfach, dass einfach das möglichst viele Menschen sehen. Und ich bitte die YouTuber, die wirklich Reichweite haben, die vor allem auch die Kids erreichen. Ich weiß, dass mein Kanal von den Analytics her nicht gerade die Kids erreicht. Ich bitte euch, macht einfach so ein Video. Teilt mein Video, mir egal. Hauptsache ihr sagt was dazu. Ich glaube, ihr als Vorbild könnt einfach viel mehr bewegen noch als ein Politiker. Das haben wir schon mal gesehen in der Vergangenheit, als es um das Copyrightrecht ging, was Rezo für eine riesen Revolte angezettelt hat. Das war richtig krass. Und was das für eine Energie hatte. Und das können wir auch jetzt schaffen. Also Leute, bleibt gesund. Denkt mal ein bisschen darüber nach, was abgeht. Und dann haben wir es einfach schneller geschafft, als wenn ihr jetzt alle so weitermacht, die Politik uns irgendwann zu einer Ausgangssperre zwingt und dann meckert ihr auch alle rum. So weit muss es gar nicht erst kommen. Und erst recht nicht muss es so weit kommen, dass es so aussieht bei uns wie in Italien. In Österreich das Gleiche. Ich bekomme mit, wie es in Österreich richtig krass ernstere Vorschriften gibt noch als bei uns. Und trotzdem gehen die Leute raus und die haben es auch noch alle nicht gerallt. Ja Leute, ich hoffe, das Video erreicht viele Menschen. Und ich hoffe einfach, dass dieser Ausnahmezustand bald vorbei ist und vor allem sich nicht weiter verschlimmert. Und das liegt an jedem Einzelnen von uns. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.